Welleim, Kreis Gärmasse. So, muss ich hinten sehen. Bisschen sehr viel Öl. Sehr viel Öl. Das ist der Heiz. Heizpark, ja. So, dann lass mal nicht zu fahren. Wieder raus. Bisschen. Vielleicht ist es noch mehr. Wir hätten wir wetten müssen. Hier ist nur irgendwie noch in der Welt. Ah, müssen wir. Links. Welleim. Ja, es ist nur Heim. Ja, hier haben Sie bald Heim. Das ist wohl die alte Bundesstraße. Gucken wir das mal. Kreis Gärmasseim. Kreis Gärmasseim. Das ist nur so ein bisschen. Neuen Bau hier. Kördchen. Möseim. Das war die Haare im Moment. Wo wir hier sind. Das war ja echt die Ferne, ja. Im Prinzip war das so schlecht gestärkt, aber da war es so krass, wenn ich das nicht so arg finde. Jedenfalls, da gab es noch eine schlechte Bewertung, das kannst du dir vorstellen. Ah, die Stromkasten, die Telefonkasten, die haben natürlich auch gekennzeichnet. Und die MBT-Fans, die kennen wir auch. Dann geht es hier noch rechts ab. Noch mehr da längs. Ja, lass mal. Willheim. Jetzt wird die Sonne wieder durch und jetzt ist es natürlich echt oder so. Willheim. Ja, das ist gut. Ja, das ist gut. Ja, das ist gut. Das war's. da längst ja nicht weiter wir haben nochmal das Keto erst eingelöst hier einfach komplett um die ganzen Freiburg Okay, hi. Hier ist es okay. Oh, ich bin so gut auf das. Okay, hi. Ich bin so gut auf. Hier ist die Kirchdung komplett eingelüstet. Reserviert. Hier ist Saigon. Chinesisches Restaurant. Schnellrestaurant. Und jetzt fehlt natürlich auch die Bewertung nachher. Willheim. Das ist doch die Kirche. Das alleine reicht aber nicht. So, wir fangen hier längs. Dann laufen wir mal. Von Willheim. Von Willheim. Die goldene Abendröte. Von Willheim. Die goldene Oberlin. Ja. Die goldene Abendröte. Der ist Nechland. Die goldene Abendröte. Ja, ich kann es nicht ... und tschüss ... ... und ich ... ... und ich bin ja nicht ... ... ich muss doch eine Bewertung kriegen wollen ... ... und das ist doch so ... ... und ... ... und ... ... das ist vollkommen eins, Alter ... ... und tschüss ...